Kommt jetzt hier noch ein Scheiß Setzding raus oder nicht? So, das packe ich hier mal weg, das schmelze ich später ein. Apropos einschmelzen. Was haben wir denn da drin jetzt im Moment? Rumsuppen. Bronze, Aluminium, Zinn und Eisen. Ich schmeiße mal das restliche Eisen noch hinterher und lass uns rauslaufen. Zack. Ja. Wäre es okay, wenn ich zu dir komme und du mir noch ein paar ultralyptos Dinge legst? So ungefähr, gleich so gut. Stimmt, da war was, da war ich, wollte ich eigentlich gerade gucken. Ich stand gerade vor der Setzding und dachte, äh. Ja, das wäre total genial. Weil wenn ich keine Setzdinge habe, dann kann ich dir halt auch nichts geben. Das wäre es dann halt noch. Eben, eben. Boah, ihr wisst uns so spanierend. Oh, Pff, Regenbogen-Eukalyptus-Satzdinge, 42 Stück. Okay. Äh, ich bin gleich da. Irgendwie fragt du mich heute etwas. So. Boop, boop. Äh, bei deinem neuen Haus, oder? Ja, ne? Ich seh' dich, guck, guck. Juhu, wuhu. Boah. Ja, ich bin Eukalyptus-Satzdinge reich. Juhu. Yay. Bitteschön. Ja, voll. Oh, das wär' cool, wenn jetzt noch so ne Vanille noch reif werden würde. Aber ich glaub, das wird halt nix mehr. Ne. Ich bin hier einfach noch zu nah am Dorf dran. Die Sachen wachsen einfach ewig nicht. Ja. Das wird so nicht. Leider. So leid. Es dauert halt. Es wird schon, aber es dauert halt. So, der dürfte ja noch leer sein. Genau, da war ja nix drin. Was haben wir hier noch? Irgendeine Scheiße. Auch leer. Das Bett können wir auch wieder hochpacken. So, was war hier noch drin? Ist auch leer. Also, meine Rucksäcke sind jetzt endlich wieder leer. Deine Rücksitze? Meine Rücksitze sind wieder leer, ja. Okay. Noll. Auf jeden Fall. Ja. Was ist das eigentlich? Mistcraft. Ah, shit, damit sollte ich eigentlich theoretisch, das ergänzt sich schön mit Towncraft, aber äh. Hör mir bloß auf. Nein, wahrscheinlich. Ne. Ich muss erst mal auf Towncraft klarkommen, bevor ich mit irgendeiner anderen Sache noch... Ja, ja, ne, meint sich ja. Obwohl vielleicht in Verbindung, obwohl, ne, eigentlich auch... Es ergänzt sich recht gut, aber das Problem ist halt, dass ich erstmal mich in die Mods einarbeiten muss und ich da momentan halt jetzt auch arbeitstechnisch nicht ganz so die Zeit habe für. Ja. Ja, ja. Weil ich komme halt abends heim und dann haue ich mir noch was zu essen rein und dann lege ich um 8 im Nest. Nest? Ja, im Nest. Nest? Nest? Im Nest. Was, Nest? Oder dann so? Boah. Oh, der ist schön gewachsen. Und das ist, glaube ich, sogar... Oh ja, das ist sogar nur ein Einzelner. Oh, und der ist richtig toll gewachsen. So, ich muss schnell mal die Setzlinge hier wieder einsammeln. Der ist toll gewachsen. Der bleibt hier so stehen. Der gefällt mir. Oh. Was mir jetzt noch fehlt, ist, äh... Meine Sakura. Ich brauche noch Sakura, obwohl die scheiße Rosas sind und voll hässlich, aber Sakura halt. Also, äh, japanische Kirsch... Kirschdinger. Ja, Rosas ist mega hässlich. Ich habe beinahe was gesagt, aber nein. Rosas ist voll Fui Belle. Nee, das ist überhaupt nicht. Oh, doch. Ach, ey. Doch, das ist keine Farbe, das ist eine Upart. Was? Gar nicht. Aber sowas von. Nein. Aber hallo. Aber selber hallo. Aber hallo, hallo. Hallo, guck, guck. Ja. I bims. I bims, der Gerät. Ja. So, schlafen oder nicht? Ja. Ich muss nur noch die Gooseberries verstauen. Ich habe jetzt nur verpeilt, dass die ja hinten auf der Rückseite sind. Das sind die ganzen Bären-Dinger. Okay. Dreck. Dreck, 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 Dreck. Da ist Dreck. Ja. So, das ist so mein Müllschränkchen. Da schmeiße ich jetzt einfach mal alles rein. Ja. Wie lange willst du heute noch machen? Willst du noch bis 0 Uhr machen? Oder, äh, oder, oder, weil ansonsten würde ich noch eine Pause machen? So, jetzt. Oder noch bis... Wir haben ja heute mal was anderes gemacht. Wir haben ja nicht irgendwas gebastelt oder so vor uns hingearbeitet, sonst wir waren einfach mal ein bisschen Welt erkunden, ein bisschen Scheiße einsammeln auf dem Weg. Genau. Kann man ja auch mal machen. Ein bisschen Abwechslung auch, ne? Genau. Das wäre gut. Genau. Ja. So, was ich jetzt noch kurz gucken werde, noch mal, wie das war mit den... Ich wollte gerade sagen, war das jetzt schon so eine Abmoderation oder? Nein, 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 nein. Okay. Mit den Stoffen, weil ich wollte jetzt gucken wegen dem Oberteil, was mir noch fehlt. Wie viel... Ach du Scheiße. Bonewind, Core, Reedwind, Blazewood, Obsidian, Icy, Quarz, okay. Silverwood, Stoff, Coor, hä? Ah, stimmt, ich hab ja... Ah, Crafting Scepters. Silverwood, Stoff, Coor, ah, nice, nice, nice. Taumium, Silverwood, Caps. Ah, hier. Wow. Stimmt, ich hab ja, ich hab ja die Zauberstäbe, ich hab mir ja jetzt, äh, neben dem normalen Zauberstab kann ich mir jetzt auch diese großen Zauberstäbe machen. Das ist doch toll. Ja, das ist voll cool, weil das voll stylisch ist. Weil voll stylo. Aha. Aha, 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 aha. Alchemie? Ne, Alchemie war das auch nicht dabei. Aber da sind diese Ethereal Blooms, mit denen kann man diese Verseuchung wegmachen, die ich da mal hatte, mit meinem komischen Cauldron-Dings da. Äh, Crucible. Warte mal, wenn hier die Brille drin ist. Runic Sealing? Taumumus, Static Harness. Boots of the Traveler. These boots were made for walking. That's just what they do. Ja, ja. Ja, ja. They allow you to move faster than normal. They also allow you to jump higher and fall further. Lastly, they allow you to cut through water like a fish. A slow and clumsy fish, but a fish. Das ist cool. Die sollte ich mir vielleicht mal bauen. Das ist... Ja, richtig. Ja, ich bin inzwischen bei ziemlich vielen coolen Sachen, die ich mir bauen kann, wo ich jetzt echt mal schauen sollte, dass ich da nach und nach mit dem Scheiß zusammenbaue. Aber... Ja, aber es ist... Was ist das Wolle und 4 Strings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal. 32 Strings brauche ich. Und das würde ich jetzt nicht zusammenbringen. Nee. Boah, das ist so beleggt. Ich weiß aber, was wir verpeilt haben, das hat mir ein Kollege erzählt. Mit diesen Zermaldinger kannst du aus Wolle Fäden gewinnen. Wie heißt das Teil im Englischen? Weil Wolle ist ja kein Problem. Ja. Schauen wir doch einfach mal. Flux, okay, aus Flux kriegt man auch Strings. Ah, Kapok, Tuft, drei Stück geben auch ein String. Was lässt du denn da? Das heißt, mal so... Ja, ist ja gut. Tuf, Tuf, Tuf. Damit kann ich mich ja auch zuschmeißen. Ja. Dann müsste ich das ja eigentlich schon zusammenkriegen. Was habe ich gesagt? Brauche ich 32 waren es, ne? Ja, ich glaube so. Ich habe 38. Sehr schön. Dann brauche ich noch 8 Wolle. 9 habe ich. Sehr schön. So, wo habe ich meine Zauberstäbe hin? Falsch. Da muss ich ran. So, Zauberstab rein. Oh, ich könnte auch einen Wollball machen für die Katzen. Wie süß. Ja, das ist betonendlich. So, 5. Ah, davon habe ich noch 42, so. Yay, ich habe die Rüstung cool. Fertig, yay. Ab auf den Ständer. Lol, das sieht ja mal witzig aus. Hä? Was? Das macht doch nichts. Jetzt sehe ich ja mal voll krass aus. Super. Yay. Das sieht mega witzig aus. Das sieht echt mega witzig aus. Jo, 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 jo. So. Meine Traumaturgenrüstung ist fertig. Sehr gut. Yay. Und jetzt weiß ich auch endlich, wofür das Kapok-Tuft-Scheiß-Gut ist. Wofür denn? Da kannst du das Trinks draus machen. Achso. Okay. Warte mal, wir wollen den da rein. Oh, lol, ich habe ja auch noch hier Enchanted einen übrig. Okay. Ja, ist wurscht. Ich brauche noch genug für anderen Scheiß. So, Taumumonomikon. Ab in Regal. Jetzt gehe ich gleich verrecken, weil ich vergessen habe, was zu essen. Das wäre ja gemein. Ja. Dann gibt es halt heute einmal Steak mit Chips. Was hat man so gar nichts auffüllt, lol. Voll das Kack-Essen. Kann gar nichts. Fress mich mal weg. War echt. Vollkommen. So. So. Eine Plastik-Brust-Platte, ja geil. Oh, schönes kleines Mini-Backpack. Oh, kannst du mir jetzt mal aufhören? Nein, niemals. Na toll. Jetzt höre ich auch von der Zentrum an. Irgendwas ist ja immer. Ja. Ja. Na toll. Vielen Dank.